Wir schreiben das Datum 20. Juni 1789. In einer Ballsporthalle in Versailles haben sich die Vertreter der sogenannten Nationalversammlung zusammengefunden. Die Stimmung ist aufgeheizt. Der König, Ludwig XVI., hat dem anwesenden dritten Stand kurzerhand den Zugang zu seinem Sitzungssaal verwehrt, um ihren Forderungen kein Gehör schenken zu müssen. Frechheit! Doch so leicht werden sie sich nicht unterkriegen lassen. Feierlich schwören sie, nicht auseinanderzutreten, bis Frankreich eine Verfassung hat. Dieser Schwur, der später als Ballhausschwur berühmt geworden ist, markiert den Auftakt der Französischen Revolution. Eine Revolution, die unsere Gesellschaft bis heute maßgeblich beeinflusst. Doch wie kam es überhaupt so weit? Das klären wir in diesem Video, indem wir die Ursachen der Französischen Revolution betrachten. Tatsächlich gab es nämlich nicht die eine Ursache, sondern ein Ursachengeflecht, das Teile der französischen Bevölkerung im Jahr 1789 so weit radikalisierte, dass diese die Zeit für einen gewaltsamen Umsturz gekommen sahen. Schauen wir uns zunächst die Ausgangslage an. Frankreich wird im Jahr 1789 von Ludwig XVI. absolutistisch regiert. Im sogenannten Ancien Régime, also in der Zeit des französischen Absolutismus, ist die politische Macht auf dem sich an der Spitze des Staates befindlichen König konzentriert. Die Gesellschaft unter seiner Herrschaft ist traditionell in drei Stände aufgeteilt. Der erste Stand ist der Klerus, der sich aus allen kirchlichen Würdenträgern wie Kardinälen, Bischöfen und Pfarrern zusammensetzt. Der Adel bildet den zweiten Stand. Der dritte Stand setzt sich aus Bauern, Tagelöhnern und dem Bürgertum, das wiederum Berufsgruppen wie Beamte, Handwerker und Ärzte umfasst, zusammen. Während der dritte Stand insgesamt ca. 98% der französischen Bevölkerung ausmacht, sind Klerus und Adel mit insgesamt rund 2% die deutlich kleineren Gesellschaftsschichten. Gravierende Unterschiede gibt es nicht nur zwischen den Ständen, sondern zum Teil auch in den Ständen selbst. Zum Adel gehören sowohl reiche und mächtige Familien, als auch solche, die immer ärmer und bedeutungsloser werden. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!